Hey, ich bin die Zukunft. Ich habe schon viel für euch getan. Und trotzdem unterschätzt ihr mich oft. Dabei habe ich Mauern eingerissen. Zum Beispiel für euch. Hey, du. Oh, eure Kinder werden mal 100 Jahre alt werden. Meine was? Keine Angst, dein Papa hat vorgesorgt. Wie denn? Bei den Zinsen? Unterschätzt mich nicht. Die Strategie zählt. Ich kenne nicht nur die Trends, ich setze sie. Ich auch. Wenn du schon Marken liebst, warum investierst du denn nicht in sie? Und du? Du wirst einmal ein Unternehmen gründen, das den Verkehr revolutioniert. Und davon werden viele profitieren. Was? Aber das dauert noch ein bisschen. Manchmal ändere ich euer Leben in Sekunden. No risk! No fun! Ich kann mir aber nicht immer helfen. Mach nichts! Bin abgesichert! Pass auf! Und wie ist das bei deiner Geldanlage? Mit Risiko. Aber kontrolliert. Ich mag es euch zu überraschen. Hey, wie läuft die Scheidung? Na wie schon. Glänzend. Du wirst bald eine Traumfrau treffen. Ach was? Aber billig wird das auch nicht. Na und? Ich hab doch einen Sparplan. Wer auf mich setzt, kann viel erreichen. Mit der richtigen Anlagestrategie von Deka Investments. Unterschätzen Sie die Zukunft nicht. Profitieren Sie davon. 100 Jahre Deka